Ja, der Scheck ist ein sehr lebhafter und schneller Tanz. Man kann ihn am besten zu Musik tanzen, die irgendwo bei 160 Beats per Minute anfängt, aber bis 300 vielleicht sogar geht. Vielleicht sogar manchmal mehr, wenn man wirklich gut ist. Und das macht auch den Tanz ein bisschen aus. Also wenn es noch wirklich schnell ist und Lindy Hop gar nicht mehr geht, Scheck funktioniert und macht auch richtig Spaß dann. Es macht vor allem Spaß, wenn es so schnell ist. Ich bin Nikita und das ist Martin. Wir tanzen zusammen verschiedene Tänze, unter anderem Scheck, Lindy Hop, Tango, Blues, Charleston. Alles, was die Palette so hergibt. Wir tanzen Scheck gerne, weil es so viel Freiheit bietet wie kein anderer Tanz eigentlich, den wir kennen. Wir unterrichten hier bei Swingtime Scheck und auch Lindy Hop. Wir sind auch mehr oder weniger da reingerutscht. Wir haben einmal Ruby vertreten, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich bin selber Lehrerin. Ich mag es sehr gerne, Wissen weiterzugeben. Das wollte ich auch im Tanz zu sehen, dass Personen das annehmen, Tanzschüler das annehmen und auch umsetzen. Neue Sachen von uns auch mit einbauen. Das macht uns sehr viel Spaß. Dann habe ich einen Fitnesstrainer C-Lizenz gemacht und habe sehr viel Spaß hier zu unterrichten. Die Spielart des Checks, die wir tanzen, heißt Collegia Check. Sie heißt aus einem bestimmten Grund so, weil sie früher eben von den Studenten getanzt wurde. Sie hat sich dadurch auch sehr frei entwickelt. Es gibt im Prinzip nur Quicks und Slows, die werden irgendwie aneinandergereiht. Ja, und dann kann man damit ganz viele Sachen machen und es hat ein sehr positives Lebensgefühl. Ich habe damals 2016 mit Lindy Hop begonnen und dann war ich auf einer Party in München und es wurde ein sehr seltsamer Tanz getanzt. Da habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Das war dann Check. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass alle, die Check getanzt haben, immer gut drauf waren, immer fröhlich waren. Das hat, obwohl Lindy Hop schon immer eine gute Stimmung übertragen kann, hat Check noch mal da einen drauf gesetzt und alle waren fröhlich, alle waren gut drauf. Ich habe selbst Musikwissenschaft studiert und bin dadurch mit der Musik viel in Kontakt gekommen. Ich habe auch, nachdem ich hier angefangen habe, bei Ruby zu unterrichten, eine Fitnesstrainer-Zeh-Lizenz gemacht und mal sehen, was die Zukunft bringt. Wir haben Ruby auch schon 2018, glaube ich, näher kennengelernt. Zuerst hat eine Kita bei der Ruby-Doo-Crew getanzt. Ich bin dann so ein bisschen reingerutscht, dann nach und nach. Jetzt sind wir beide dabei. Ja, es ist einfach schön hier, weil es so familiär ist, sehr willkommen, ganz anders als alle Tanzschulen, die ich bisher kennengelernt habe. Jeder ist willkommen, jeder wird abgeholt und das ist ganz toll.